Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde Overwatch 2. Warum lachst du? Das ist so ein Lappen, ne? Du bist so ein Lappen. Ey guck mal, da hat jemand 40 Euro gepaid. Guck mal, du kriegst ein Pocket. Ich hab genau in falsche Richtung gedreht, ne? Du, ich steh immer links von dir, du schießt dich trotzdem immer rechts rum. Wir machen das. Ja, oder du kriegst den Pocket. Nice. Wir haben von Farah, scheiß drauf. Ja, wir gehen jetzt einfach rechts lang. Wir dabbeln einfach hier hoch. Da ist wer traurig. Ja, sehe nicht. Ich hier auch nicht. Ich, Alter, ich bin nicht weiter gelaufen. Ich geh nicht raus. Ich geh da nicht raus. Ich geh da nicht raus. Tank muss da raus. Ähm. Ne, ich geh da nicht rein. Wurde in den Sporn gehauen. Ähm. Wurde in den Sporn gehauen. Ähm. I'm still standing. Wurde schwacher gestorben, wer? Ja. Sehe ich genauso. Alter. Man tp. Äh. Nein. Rette mich. Habe ich. Dieser scheiß Rest. Das ist so dumm. Ich weiß auch nur ein. Ähm. Du meinst ja mit diesem Rest, du hast dich Rest gedrückt, wenn du, du hättest wahrscheinlich L2 gedrückt, ne? Und fliegt. Oder? Nein, was ist mit X? Ja, ich drück doch X. Ich tippe einmal fliegen an und dann auf X. Ja, aber du kannst die Kamera noch nicht so gut bewegen. Kamera schmamm, aber. Zeig dir mal. Hä? Gleite. Gleite doch einfach mit L2. Alter, wer? Halt doch mal. Ich hab keinen Finger für L2. Hä? Dein... Dein linker Mittelfinger? Ich hab den linken Mittelfinger? Tja, Maul. Warum ist er am besten? Ähm. Huge von so'n Tank. Ich hoffe, das wird mein Play of the Game. Ja, weil du nichts gemacht hast. Joch, Damage Booster und ich hab den Baptiste gekillt. Also nichts. Ich muss sagen. Aber irgendwas hat sich... Hat sich was grafisch geändert an dem Spiel? Rumpf, 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 Rumpf. Ja, warte, ich flieg kurz hin. Weeper, weeper, weeper über euch. Hab ich gehört. Hab ein Problem. Hab ein Problem, hab ein Problem, hab ein Problem,ам ein Problem,hab ein Problem Oh mein Gott, oh mein Gott Danke für nichts. Ja, resten wir in der Luft. Geil. Geil. Na, pass auf. Das ist, ähm, wenn ich L2 gedrückt halte, ist ja die Rest-Taste, aber auch da fliegst du auch. Und wenn du die gedrückt hältst, während, äh, zum Gleiten und einer stirbt, dann fängt er zu resten. Das ist halt mega dumm. Und ich hab den jetzt zum Gleiten gedrückt gehalten, deswegen hat er angefangen zu resten. Das wäre nett. Das wäre nett. Stärker zu von dir. Das ist unfair. Okay, keine Chance. Ich hab dich doch. Okay, ihr Best-V-Refur, was für ein ekeliger Kombo, Alter. Bin ich alleine hier? Ja, bin ich. Alles klar. Ja, ich muss über den anderen heilen. Ich muss über den anderen DPS halten und der andere Supporter ist tot. Kimiko ist tot. Alter, ich hoffe, das wird mal tot, das wird mal... Warte, ich... Ja, ja... Das war schon... Das war ein starkes Ding. Danke. By the way. Was denn? Der Rez ist vorhin... Ja. Na, ich hab das halt gedrückt gehalten zum Fliegen. Ich wollte wegfliegen. Und weil du der Sekunde gestorben bist, hat er anstatt weiter zu fliegen einfach ein mit Rez angefangen. Deine KD. Dein Rank. Auch dein Rank. Also bitte Rez, ganz ehrlich, ich wär so oder so nicht weggekommen. Ah, gehen wir mal Genji. Das heißt, ne? Da ich so oder so gestorben wär. Oh, Mann. Geht issue, würd ich sagen. Du hättest es auf 4K machen können. Oh, Mann, ey. Nachbar, Rez. Hier. Ja. Joa, wo ist der Inst... Ähm. 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 Aua. Hallo, kann jemand um dieses Turret gehen? Alter, ich hasse euch. Wie soll ich auf dieses Turret gehen? Nicht, du! Warum ist der Bäschen hinter uns? Echt, Alter, ich wär... Ich bin hinter dir. Ey. Was passiert hier? Ich weiß es nicht. Oh, was ist das? Echt? Maura? Hallo? Doch, geht doch nicht. Heil mich nicht. Ich kann, ich muss auch unser Tank heilen. Ich kann nicht alle heilen. Guck mal, ich bin tot. Geil. Dankeschön, Genji für gar nichts. Schlechtste Genji, den ich je gesehen hab. Ja. Haben wir ja nicht nur gerade den Besten weggemacht. Ja. Rat mal, warum du weggemachen konntest. Weil er deshalb auf mich geschossen hat und mich gekillt hat, der Vogel. Oh, schade. Kräger, mach lieber was. Ich klebe die Mainz. Macht er sonst keiner hier? Oh, ja. Wo sind wir? Wo sind wir? Nein. So nicht. So nicht. Ah, ha, 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 sie haben's geld. Das ist ein krasser DPS zu für Ozan. Mach du Scheiße, bist du gelüft. Ja, ach du Scheiße, werd ich gelüft. Bin der einzige DPS. Ah, ihr, okay, ihr. Besser? Hier zufrieden? Ne. Okay, unser Tank fehlt es einfach nur. Hinter uns ist Beschen. Hinter uns ist Beschen. Hinter uns ist Beschen. Geiler. Alter, El Genji, der schlechteste Genji, den ich je gesehen habe. Alter, wer hinter uns, hinter dir ist Beschen. Alter, ist das ein Pott, wo er sich versucht, sich zu verstecken? Wer, Beschen? Ja, er hat sich versucht, vor dir zu verstecken. Guck jetzt. Ich rufe hier um die Ecke. Der Wrecking Ball. Er hat Angst vor mir und rollt weg. Wo ist Bastion schon wieder? Hinter uns. Hinter uns ist Ball. Hinter uns ist Ball. Hinter uns ist Ball. Hinter uns ist Ball. Digga, da ist dieser scheiß Turret in der Ecke. Du machst das Turret aber auch nicht weg, ne? Nein. Ich kann, guck mal. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht da hin. Alter, das Turret ist. Der Tank ist ein Tank. Hahahaha. Unser Tank ist ein Senk. Hahahaha. Okay, Kuss, Kuss. Der Punkt geht an unseren Tank. wow minus punkt ja ich kann nichts machen auf range was soll ich machen ich muss also ich war noch weg ich war nicht mehr im kreis ich bin nicht mehr in dem special ist kurz vorlagen gesorgt für credits kurz links angesagt für credits noch mal kurz top angesagt für credits ab und kürze mich ja irgendwie wenn die geile heilung haben ja da könnte ich gehe halt wie soll jetzt alter guckt es an wie soll mtk dämlich gegen heilt dagegen soll ich bin ich bin starke drin ich bin stark hier drin mit wixer ich bin stark hier drin von den topscholz gekommen man sich hab ich hab sechs ap ihr macht das ja klar eindeutig ja ich finde ich meine schuld meisterheilung damit konnte ich nicht mehr machen weil ich einmal gepiekt habe und ich war tot das war es mal wieder das war ein tankdiff ist das unterteck war so schlecht